Ähm, da, da fangen wir schon mal an. Ich bin gestorben. Wow, wow! Oh Gott. Weißt du, erst verreckst du einfach und dann holst du mir nur noch die Ohren voll. Deswegen heb ich dich immer hoch. Hey, ich will da hin. Ähm, ich habe überlegt, ob ich dir das Ding überreiche, aber du kommst gar nicht hier hoch. Nee, leider nicht. Auch den, auch den da kriege ich nicht. So, so. Was ist denn? Oh Gott. Meine Fresse, Alter. Oh Gott, was ist los mit diesem Spiel? Blub. Ach, ist das schon wieder so ein Quatsch mit so einer dummen Beuche? Blub. Oh, die freuen sich total, dass man auf ihn hüpft. Ja. Mit ihrem verpixelten Lächeln. Auf der Wii U wäre das gestochen scharf gewesen. Hm, auf 480p. Ey, dieses Spiel ist einfach das beste Spiel der Welt. Danke. Ist hier noch was? Komm, ich sterbe jetzt. Okay, klubbel das nest. Oder ist das? Smile and Optimism Gun. Ah, da ist irgendwo was Geheimes noch. Scheiß, irgendwo hier eine Ranke versteckt. Warum weißt du das? Weil da eine Röhre rauskommt. Vielleicht ist es auch die Gelbe, die wir nehmen müssen. Glaube ich nicht. Ja, Hubi's Rös. Keine raus. Nö. Aua. So. Aha. Wer hat's gesagt? Okay, wow. Gehen wir auch nach links hier. Oh, Gott. Okay, sehr gut. Okay. Die Green Mario Pipe. Oh mein Gott. Ja, gib mir bitte eine Eisblume, weil das ist halt die, die ich richtig gerne mag. War Eisblume nicht damals so ein Lied oder so eine Sängerin gewesen? Hab mir wirklich so ein Dings verpasst, ne? Was? Ja. Oh, ich liebe dieses Spiel. Guck mal, ich fliege einfach hin und muss bubble, oder? Vielleicht leichter. Die Tyrophine raided mich. Oh je. Oh, voll cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Warte, ich hab mich nicht... Ich muss nicht wieder bubblen. Kann man schon mal auf den Hype-Knopf drücken? Yes. Ah, da unten. Okay, jetzt sterb nicht. Das wäre echt tragisch. Ja. Wäre doch nur mein Eisschuss ein bisschen schneller gewesen. Boink. Boink. Haha. Hehe. Oho. Das hätten wir vielleicht holen sollen, bevor wir die, ähm... Nicht die Dings aufreden. Danke. Ach so. Ich wollte jetzt nur sagen, so, hä, warum soll ich den Gummer nicht aufheben? Aber dann... Hab ich, hab ich realisiert, was, was, was das sollte. Hä, ist die Dings gesto- Aha. Oh, okay. Smarty Party, Alter. Oh, Alter. Voll gut, dass das einfach uns beide getroffen hat. Oh, dieses Spiel ist so gut. Okay. Wir haben alles. Wir müssen einfach nur noch überleben und durchkommen. Geh du mal voran. Ah, ha, ha, ha. Ah. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das kann ich... Okay, das... Oh mein Gott. Ja, los geht's. Ja, Screen. Ja, Stern. No, Stern. Böser Stern. Böser Stern. Holy shit. Okay. Oh, fuck. Das hat sich halt überhaupt nicht gelohnt. Das Spiel ist so gut, einfach. Das Spiel ist so gut! Ah, ha, 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 ha. Guck mal her. Es ist das beste Spiel, okay? Möchte ich nur gesagt haben. Okay. Ich schmeiß auf den Controller gegen diesen fucking Bildschirm, Alter. Ah. Dann schicke ich ihn Amazon zurück. Und sage, ich will einen neuen haben. Ich liebe dieses Spiel. Aber ist da vielleicht noch ein Krono oder so? Oh, sag mal, die Münzen einfällt, kriegen wir dann, was gut ist. Helf mir dabei. Sehr gut. Ist ein Up. Ein Ups. Ein Ups ist das eher gewesen. Das Ups ist leider nicht so wichtig. Das war leider ein Ups gewesen. Upsi. Sehr gut. Uff, 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 uff. So. Thank you, Daddy. Maxi, uff. Ei, ei, ei. Ah, vielleicht ist auch noch was drin. Ah, schade. Ich fliege einfach elegant hier durch. Die Wolken singen einfach mit. Hey? Holy shit. Ich bin hier aufgefallen. Ja, die machen auch. Wap. Muss man da unten rein? Nee. Oder? Doch, doch. Nein, 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 nein. Stimmt, das ist doch in die Kanone. Der war hier oben, der war hier oben. Aha. Ups. Gern geschehen. Stimmt, ein Pasing mit, aber auch noch. Da bist du. Ich weiß halt selber nicht, wo ich bin, weil ich einfach über die ganze Map fliege. Ah, warum stehen mir immer diese NPCs im Weg? Hm, du meinst deine Mitmenschen? Ich meine einfach Menschen, die nicht sterben. Verdammte Mitmenschen. Danke. Ey, diese Pilze fucken mich so ab. Weißt du, wenn er nicht zu mir kommen möchte, dann kann er mich halt auch einfach mal. Es ist mir auch echt egal. Einfach. Sorry. Es ist mir so egal, Mann. Soll er in seiner scheiß paar Blase bleiben, okay? Fuck it. So. I don't care. Bam. Ziel. Das ist doch einfach bescheuert, Mann. Ich bin der Pilz. Ich fliege ein Pixel zu dir, dann fliege ich 80 weg. Naja. Ach. So ein gutes Spiel. Sage ich nur noch wieder. Kauft es euch alle. Über meinen Amazon-Link. Damit ich auch was davon habe. Oh, jetzt runden. Das ist ja relativ straightforward. Eigentlich. Ob wir das schaffen, straight zu sein. Sage ich dazu nur. Wasserballons in luftiger Höhe. Jetzt bräuchten wir einen schönen Yoshi. Ja. Oh Gott. Was? Du Scheiße. Warum kann ich sowas nicht im Mario Maker machen? Wie cool das einfach wäre. Hä? Das hatte ich noch in der Hand. Ganz spannende Angelegenheit. Achtung. Holy shit. Ist da irgendwas hier? Warte. Warte mal. Guck mal hier runter. Da. Oh je. Schade. Hätte ja noch Münze sein können. Ne. Die Münze ist da. Das macht es nicht besser. Da komme ich noch nicht mit. Okay. Das habe ich. Ich glaube, ich könnte mich umbringen und die Münze holen dabei. Kamikaze. Das ist jetzt voreilig. So ein bisschen Jan die Kamikaze-Dieben. Mädchen. Die sich niemals umgebracht hat. Warum hieß es Kamikaze-Dieben? Jampi Kamikaze-Dieben. Oh, ich hasse. Ich meine, ich liebe dieses Spiel. Oh. Wow. So, okay. Jetzt habe ich ihn gekillt. Das war alles, was ich wollte. Und so viel mehr. Okay. Das hat nicht mehr was gebracht. Bye, bitch. Wir schaffen das. Wir schaffen das schon. Bam, bam. Okay, das hast du gut gemacht. Bitte. Mal nach oben weiter. Okay. Mein Gott. Pfff, Alex. Irgendwas ist da oben. Ja, aber du gehst noch weiter. Das war jetzt nicht so smart eigentlich. Das war nicht meine Schuld. Das war ich gut vom Spiel. Fuck it. Manchmal darf man einfach mal keinen Fuck mehr geben. Sie haben einfach gedacht, sowas soll's. Just do it. Okay, gut. Also das meinte ich auch nicht. Geh einfach rein! Aber gut. Finde ich in Ordnung. Kann man so machen. Ich möchte mal einen Speedrun zu Donkey Kong Country 2 machen. Nee. Ich glaube auch nicht. Oh Gott, das ist nur noch das hier. Und das ist schon das Boss Level. Bist du bereit? Ich auch nicht. Ey, wir haben das gleich geschafft. Wir sind bei einer Stunde. Guck mal, hab ich gut getimed, ne? Naja, es kommen noch zwei Level. Ja, aber trotzdem. Oh je, was ist das denn? It's fucking dangerous, will ich sagen. Oh, aber es ist süß! Hui! Kannst du mal aufhören, ständig meine Dings kaputt zu machen? Nein. Okay, das haben wir gebraucht. Was ist denn? Viel Glück. Danke. Weißt du, warum fliegt dein Scheiß... Der kommt immer... Chris, er ist doch jedes Mal nach links geflogen bei dir. Ja, und jedes Mal rege ich mich drüber auf, weil es eine total dumme Regelung ist, dass deine Scheiße, die sich nicht bewegt, immer nach rechts fliegt. Wohingegen mein Pilz, der sich bewegt, nach links geht und damit immer, ausnahmslos, immer irgendwo runterfällt. So soll doch deine Scheiß-Krone nach links fliegen. Die bleibt wenigstens liegen und macht nichts. Warte. Hm, na gut. Oh. Bye. Du hast mich einfach weggekickt. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Gott, ich liebe Items, die sich von selber bewegen. So eine gute Idee, die man nur in diesem Spiel finden würde. Oh, ey. Das ist halt einfach echt so... I've got no words. Bin ich jetzt hier gefangen? Mhm. Mhm. Thanks. Mhm. 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 Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Einfach mal die Stille für sich sprechen lassen. Mhm. Item Hose. Item Hose? Item Hose. Item Hose. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich musste mich nicht mehr bewegen. Ich hab's auch noch geschafft. Ich will auch noch tot rumhüpfen. Second World, danke für den Sub. Dafür gibt's einen Sub-Hype nur für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017